Nimm ich auf? Ja, ich nehme auf. Hallo, herzlich willkommen. Ich habe mir gedacht, ey, wenn ich jetzt schon, ich muss echt ein bisschen aufpassen hier mit dem, weil das hat in dem letzten Video wieder so Eik den da gewackelt. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich mache mal so. Also, ich habe hier gerade eben, das habt ihr wahrscheinlich, keine Ahnung, vorher, nachher, ich weiß nicht, wann ihr das bekommen habt, egal, auf jeden Fall habe ich gerade die Toast Broadcast aufgenommen und da ist mir aufgefallen, ich habe noch ein paar andere Krams und das Highlight gibt es ganz zum Schluss und wer es noch nicht gelesen hat, das hier ist die Manga Aktualisierung im Juli. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Es ist viel dran, es ist auch nicht nur Manga, aber viel. Bei leidem noch nicht alles. Ich habe noch was ganz Besonderes für euch vor, denn ich habe quasi zwar auch schon, also ich erkläre das mal, ich habe viele erste Bände von neueren englischen Manga gekauft, unter anderem. Ich glaube, es war auch ein Deutscher dabei. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe es in der Hinsicht gemacht, einfach mal nicht nur um zu gucken, wie die Manga so sind, sondern auch um euch vielleicht eventuell so eine Empfehlung aussagen zu können. Quasi eine Manga-Empfehlung. Und deswegen habe ich mir viele Einzelbänder auch bestellt und die dürften jetzt irgendwann die nächsten Tage kommen. Deswegen ist das hier erstmal Part 1 von der Manga-Aktualisierung. Jut, sagen wir uns nicht bedingen los. Ich mache mal den da ein bisschen hoch. Klappt das so? Ja, das passt so. Fangen wir an. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich erwähne es trotzdem nochmal. Makenki Band 4. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch das schon gezeigt habe. Sollte ich euch das schon gezeigt haben, tut es mir leid. Aber ich habe auf jeden Fall Makenki Band 4 jetzt nochmal auf jeden Fall bestellt. Weil ich wollte einfach wissen, wie es weitergeht. Und ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut. Und es gefällt mir. Es ist sehr, sehr coole Action. Und ich mag den Zeichner auch, wenn er nicht nackt zeichnet. Ja, das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Aber ich finde, dieser Zeichner kann nicht... Also man weiß es ja. Der Makenki Zeichner, der gute Takedai Hiro Mitsu, ist eigentlich eher für Hentai Manga, also Ero Manga und Dojinshi bekannt. Ich habe mal... In ein oder anderen Werke kommt man nicht drum rum, wenn man mal nach seinem Namen oder seinem Dojinshi Nickname sucht. Kommt man da eben halt nicht drum rum. Aber man muss sagen, ich mag seine nackten Zeichnungen nicht. Also ich finde, der zeichnet eigentlich relativ hässliche Brüste. Die sehen nur verpackt gut aus, also auch in Makenki und so. Aber sobald er wirklich einen Hentai, also einen Ero Manga zeichnet, hört es bei mir auf, die Faszination. Dann merke ich richtig irgendwie, nee, das kann er nicht. Das sollte er eigentlich lassen. Aber es gibt auch viele Fans von ihm. Also ich möchte da jetzt nicht zu viel sagen. Aber ich finde es nicht so pralle. Ja, schlecht. Gut, kommen wir weiter. Denn ich habe einen Manga vollendet. Endlich. Es ist so ein tolles Gefühl auch irgendwo. Es ist ein schlechtes Gefühl, weil man ist irgendwie traurig. Aber es ist auch ein gutes Gefühl, mal einen Manga zu komplettiert zu haben. Weil man weiß, man muss nicht mehr vielleicht später mal Tausende von Euro ausgeben, weil es selten geworden ist. Und weil irgendein Sammler meint, das ist selten. Ich verkaufe das jetzt für 900 Euro. Dazu das. Ja, das ist meine ehrliche Meinung dazu. Und ich werde da auch wirklich wütend. Deswegen schauen wir uns das mal an. Resident Evil. Oder beziehungsweise Biohazard. Das Mar Hava. Ja, Mar Hava Desire. Der fünfte und letzte Band von Kaze habe ich mir gekauft, weil erstens mal ist es irgendwo eine Videogame-Adaption. Also Resident Evil gab es vorher noch nie als Manga, soviel ich weiß. Und das war halt wirklich was Besonderes. Bis dann hat das Szenario auch noch Capcom gemacht. Das heißt, man erwartet was. Und ich muss sagen, es fühlt sich halt nach wie vor auch jetzt im letzten Band an wie ein typisches Resident Evil Spiel. Erinnert oftmals an manche Passagen. Gerade so die letzten Passagen erinnert sehr an Resident Evil 4 gegen Ende. Und auch ansonsten, es macht einfach Laune. Es ist ein echt, er ist nicht atemberaubend, aber das ist halt Resident Evil. Resident Evil ist nicht, boah, besteh auf Welt, sondern Resident Evil macht Spaß. Und das ist meiner Meinung nach das, was es halt gemacht hat. Der Manga hat Spaß gemacht. Und ich bereue nicht, diesen Manga in meiner Sammlung zu haben. Und ich werde ihn auch nicht verkaufen, weil ich finde ihn wirklich gelungen. Weil er fühlt sich sehr an wie die älteren Spiele, die ich ja durchaus liebe. Was mir dann aufgefallen ist, was mir so ein bisschen so ein Wow-Moment gegeben hat. Das ist jetzt auch nicht wirklich Spoilern. Aber ich muss es einfach loswerden. Das hier ist das Prequel zu Resident Evil 6. Das ist cool gemacht, weil wenn man den Manga quasi gelesen oder das Spiel gespielt hat, dann weiß man so ungefähr, was halt noch so abging in der Vergangenheit oder so. Ich finde es ganz cool, ehrlich gesagt. Da steht da so, weiter geht's im Spiel Resident Evil 6. Und da habe ich so gedacht, geil. Und es gab gegen Ende einen, für, ich sag mal, wenn Leute jetzt Resident Evil nicht kennen, also wirklich nicht kennen, auch so von den Charakteren und so her nicht, dann ist der End-Twist, sag ich mal, eher unbedeutend. Wer sich das jetzt so gekauft hat, wegen Zombies und so, der wird wahrscheinlich mit dem End-Twist nicht viel anfangen. Aber ich konnte was mit dem End-Twist anfangen und ich fand den, wow, fand den, oh shit, richtig, richtig geil. Super. Resident Evil 5, äh Resident Evil Mahava Desire 5 ist fertig und geil, super geil. So, dann ist leider nur Band 2 angekommen, Band 1 müsste heute noch im Laufe des Tages wahrscheinlich ankommen, aber ich habe jetzt gedacht, ich mache das jetzt, dann habe ich es hinter mir. Später schaue ich nämlich Fußball an mit Simon zusammen und danach werde ich wahrscheinlich nicht mehr in der Lage sein, irgendwie ein Video auf uns zu nehmen. Deswegen, das Ganze heißt Sickness Unto Death 2, nein, Sickness Unto Death, das ist in zwei Bänden abgeschlossen und Sickness Unto Death, also krank sein bis zum Tode oder Sickness ist vielleicht gestört sein oder so, ich weiß nicht, also irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall ein englischer Manga, er ist in zwei Bänden abgeschlossen und ich fand den irgendwie interessant, nicht so vom Titel, sondern auch von der Prämisse her und ist jetzt leider nur Band 2, Band 1, wie gesagt, ist halt noch, wird halt noch kommen und ich fand es irgendwie interessant. Ich merke halt auch immer wieder, wie mich englische Manga dann doch ein Stück mehr faszinieren, weil es einfach sich auch mal was trauen, Leute. Ihr traut euch mal was. Das ist irgendwie, das sind so zwei Bände und das kann auch voll nach hinten losgehen, weil es keinen interessiert, aber irgendwie, ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. Band 1 habe ich jetzt halt noch nicht, aber hey, ja, ich feiere englische Manga echt ab, es ist leider so. Dann habe ich wieder was Deutsches für euch, für die Deutschen, und zwar auch in zwei Bänder, und zwar heißt das Ganze Happy Lesson, Mama Teacher is Wonderful, Wonderful, ja, oder einfach nur Happy Lesson, machen wir es einfach. Ist ein Comedy-Drama mit Harem-Elementen, habe ich noch nicht gelesen, aber ich fand irgendwie die Zeichnung ganz cool. Irgendwie haben die mir zugesagt. Ich kann es gar nicht so wirklich sagen, warum. Aber ich kann auch nicht sagen, worum es geht, ehrlich gesagt. Aber ich fand irgendwie die Aufmachung her und alles, ich fand doch recht toll, und dafür, dass es halt schon wieder einer dieser älteren Tokio-Pop-Manga ist, also da, wo Tokio-Pop für männliche Leser auch noch mehr oder minder von Relevanz war, da muss ich mir dann immer mal wieder was aus der alten Zeit, ja, holen. Und irgendwann ist Tokio-Pop teilweise immer weniger dann interessant für mich. Das sage ich jetzt, aber ich habe mir drei Bände aus Ebay bestellt von Tokio-Pop. Und zwar recht günstig, weil die ersten drei Bände sind im Moment vergriffen und werden nicht nachgedruckt. Weil Tokio-Pop. So, Letter B habe ich mir jetzt endlich geholt. Ich habe mir endlich Letter B geholt. Leute, endlich ist es wahr. Letter B ist dieser Manga, in den ich viel, viel Hoffnung reinstecke, weil ich den die ersten paar Episoden vom Anime richtig, richtig awesome fand. Und ich bin einfach gespannt, ob es ob es dem das beibehält. Erstens mal muss ich ein Lob an diese Ebay-Verkäuferin geben, weil die hat Top-Qualität, also das ist nahezu neu, dieser Manga. Und sogar hinten hat sie noch witzigerweise bei diesem Manga diesen Preiskleber dran gelassen. Okay. Ich bin ja jemand, der das immer abmacht, weil das stört mich einfach von der Unten. Ja. Ja. Ich hasse es. Ich hasse es. Ja. Letter B. Auch deutsch übrigens, ne? ist ein Fantasy-Manga. Und der Zeichenstil ist schon sehr anders. Aber ich finde den, ehrlich gesagt, ziemlich interessant. Und die Geschichte und die Prämisse, ich freue mich, ich freue mich richtig. Es macht mir richtig Bock. Ich habe so Bock. Und ich werde den Manga auch endlich mal wirklich sammeln. Je nachdem, wie mir die Episoden gefallen. Aber ich weiß nicht. Ich sage es mal einfach so. Allein dieses Bild. Warte mal. Ohne, dass es schimmert. Ohne, dass es schimmert. Das ist gar nicht so einfach. Kennt man's? Dieses Mädchen auf dem Wollschuh mit der Waffe. Ist so eine Waffe, ja. Ich weiß nicht, das sagt für mich aus, dass der Manga auf jeden Fall sehr, sehr dramamäßig ist. Aber ich glaube, der gefällt mir richtig gut. Ich freue mich echt drauf. Was mir jetzt gerade irgendwie auffällt. Das ist Ach so. Ach so. Ich habe das hier unten erst jetzt entdeckt. Dieses komische Einhorn da. Das symbolisiert, dass es Fantasy ist. Steht hier hinten nochmal drauf. Okay. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so ungeil. Wobei ich letzten Endes eh immer einen Manga raussehe und mir den erstmal angucke. Aber nicht so schlecht finde ich die Idee gar nicht. Ist das bei neueren Tokio Pop Manga immer so? Ich habe da jetzt gar nicht aufgepasst. Weil bei den Älteren ist es noch nicht. Die Idee finde ich eigentlich ganz nett. Wobei Ich frage mich, wie das dann heute in den Läden aussieht. Es gibt wahrscheinlich irgendwie ein Zeichen für Jojo. Und es gibt ein Zeichen für oder ein Zeichen für Romance, sage ich mal. Und es gibt ein Zeichen für Yaoi oder so. Und dann sind einfach die ganzen ganzen Regale siehst du nur noch Herzchen und wie stellt man Yaoi da? Zwei Penisse, die sich übereinander kreuzen. So an diesen Buchrücken. Du denkst alles voll. Alles Romance, Yaoi, oh mein Gott. Stell mir das gerade witzig vor. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es zwei überkreuze Penisse sind. Ich bin mir ziemlich sicher. Dann habe ich mir English sehen wir wieder den letzten Band beziehungsweise die letzten drei Bände sind einfach mal drei Bände sieben, acht und neun sind drei Bände so gesehen. Ja, okay. Streng genommen sind es irgendwie glaube ich zwei oder? Ah, nee, kommt hin, kommt hin. Das sind tatsächlich drei Bände. Drei Bände in einem und zwar von Kanokon. Erstmal, erstmal Bam, Ju, Bam. Ist frisch rausgekommen und das ist der letzte Band, die letzten drei Bände, Entschuldigung, von Kanokon und ich freue mich drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Es wird endlich zu Ende sein und ich kann sagen, ich habe Kanokon. Ich weiß nicht, es ist doch eigentlich nur ein stinknormaler, irgendeinfach edgy Battle Shonen Fantasy Manga. Warum feiere ich den so hart ab? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich mag die Charaktere irgendwie einfach. Ich mag sie einfach und ich mag die Zeichnungen und es reicht mir irgendwie. Es reicht mir irgendwie und ich freue mich echt. Ich freue mich echt. Das ist der letzte. Das ist der allerletzte. Den werde ich mir richtig, den werde ich mir richtig aufsparen. Der wird richtig toll. So. Okay, warte mal. Machen wir das so. Dann haben wir noch was und zwar mal auf die Uhr gucken. 14 Minuten. Ja, das passt auch. Dann habe ich mir geholt und zwar nicht komplett erst mal, weil ich habe mir das recht günstiger steigert. Habe mir aber erst mal gedacht, ich hole mir erst mal weniger davon, weil eventuell gefällt es mir nicht und dann habe ich die ganze Reihe dort, weil die Zeichnungen sind schon so ein bisschen ungewohnt. und zwar ein Manga vom Deutschen. Egmont. Gibt es eigentlich einen Englischen? Egmont? Nee, ich glaube nicht. Nee, Egmont gibt es nur in Deutschland. Und zwar heißt das Ganze Gestalt. Und zwar ist es ein bezaubernder Fantasy der Loveless-Autorin Yunkoga. Loveless, kennt ihr? Das ist dieser Shonen-Ei Manga mit Fantasy-Elementen, den ja teilweise viele gut finden. Ich habe leider ein kleines Trauma von diesem Manga beziehungsweise vom Anime, weil ich die erste Episode unglaublich toll fand. Ich habe die damals bei der Bodenkai bei so einer Convention angeguckt und fand Loveless so toll in der ersten Episode und habe es so abgefeiert und habe so gedacht, oh, das hat ja voll den X-Faktor, also X im Sinne von Manga-Anime von Clamp, ne? fand ich voll geil die Kämpfer und so und die Ernsthaftigkeit und irgendwie die Side-Gags war alles toll und ich fand das Katzenmädel da voll niedlich und denke als warum was der Junge da die schmeißt sich doch die ganze Zeit dem an den Hals mehr oder minder das ist wieder so ein nerviger Charakter und dann am Ende in der ersten Episode tut der andere da dieser Typ der da irgendwie halt mächtig und zaubern kann und so schützt den anderen Katzenjungen da und gibt ihm dann am Ende von der Episode einen Kuss und ich denke mir oh, nee oh, bitte ich wollte halt in dem Moment einfach keine Jonen-Ei-Szene ich fand die irgendwie so fehl am Platz aber ja, deswegen Loveless werde ich mir wahrscheinlich nicht gönnen ich hoffe, dass es weniger aber ich habe gehört dass es nicht ähm Jonen-Ei ist von daher ich weiß nicht ich habe, wie gesagt ich habe nichts dagegen aber ich will es aber auch ehrlich gesagt ist nicht mein Fall und ich möchte es eigentlich nicht lesen oder sehen es ist einfach so es ist nee nee will einfach nicht aber ich habe mir Gestalt gekauft Gestalt also Gestalt ich weiß nicht wie die Japaner das aussprechen würden Gestalt wahrscheinlich, oder? Gesutalto Gestalt könnte sein ich sage Gestalt weil ich kein Deutsch ja ich habe mir Gestalt geholt das ist ein Fantasy Manga eben halt von der Loveless Zeichnerin und ich finde eigentlich die Zeichnungen richtig toll muss ich sagen die sind halt mal wirklich wirklich was anderes und hey guck mal yay das erinnert doch an Record of Lawless War oder? das ist schon mal auf jeden Fall für mich ein Kaufgrund gewesen ja ich finde ich finde der Manga hat auf jeden Fall die die Cover und so haben auf jeden Fall was ich habe mir halt mal fünf Bände geholt warte mal kann ich mir mal so ein bisschen rein zeigen so sieht das Ganze dann da drin aus damit man sich so ungefähr vorstellen kann was da so drin ist ja hey Gestalt kannst du nochmal hochheben auf jeden Fall cool ich bin gespannt wie es wird ich sage euch dann ob ich es empfehlen kann oder nicht wenn ich wenn es mir gefällt kann dann werde ich sowieso noch die restlichen drei Bände ich glaube acht Bände hat es insgesamt oder so die sind recht easy zu bekommen ehrlich gesagt in Amazon kriegst die locker aber die ersten paar Bände haben halt Probleme gemacht und deswegen habe ich mir gedacht ja gut dann holst du halt mal diesen Fünferpack weil anders da kriegst du es wahrscheinlich nicht und zahlst oben drauf manchmal findet man bei Ebay Leute die einfach noch fair bleiben so das kommt zum Schluss ok machen wir hier weiter ihr habt es eventuell schon gesehen vielleicht aber auch nicht weiß es nicht ich zeige es einfach nochmal ich habe mir ich habe mir Riviera The Promised Land für PSP geholt das ist ein Spiel das damals für GBA rauskam von Nintendo ein RPG speziell gemacht für Handhelden und das merkt man das ist ein richtig tolles System und jeder der Handhelds mag und so wie ich weil ich bin einer derjenigen die sagen auf den Handhelds sind meiner Meinung nach die fast nahezu die besten Spiele meiner Ansicht nach rausgekommen ich feiere Handhelds einfach ab seit ich damals den Gameboy den alten Gameboy mit Tetris und so hatte war ich verliebt in Handhelden und habe mir bis dato eigentlich viele der Bekannteren also jetzt nicht sowas wie Wonderswan oder Atari Links oder so aber so bekanntere Sachen eben halt von Nintendo und von Sony eben halt die PSP PSP fand ich nicht gut ehrlich gesagt aber es gibt ein paar Spiele ich habe bestellt mir noch Final Fantasy Tactics War of the Lines das ist das Remake zu oder ist eine Importierung von Final Fantasy Tactics dem Original Playstation 1 Spiel also es hat nichts mit Tactics Advance zu tun sondern es ist ein eigenständiges Spiel mit Job Changes und so es ist ein bisschen komplizierter auch und das hole ich mir auch noch für PSP weil unterwegs so zum Zocken ist das immer geil und ich bin auch jemand der gerne unterwegs zockt und ja also Riviera ist auch ein wirklich mega tolles Spiel kann ich nur empfehlen wer genaueres zum Gameplay und so weiter hören möchte der kann einfach beim Toast Broadcast beim letzten gott wenn ihr das in zwei Jahren oder so anschaut wisst ihr nicht welcher welchen letzten Podcast ich meine ähm ich nenne den Podcast einfach irgendwas mit Riviera und dann werdet ihr ihn auf jeden Fall finden da in den letzten paar Minuten erkläre ich noch mal mehr zu Riviera ich will das jetzt nicht doppelt und dreifach machen aber auf jeden Fall ich empfehle es wahnsinnig supergeil supergeil so dann kommen wir genau kommen wir dazu mal und zwar ich habe mir ähm ich habe mir äh auf Ebay ein ähm ich bin ja derzeit am Schreien entwickeln ja ich habe einen Comicparty Schreien weil ich den Anime unglaublich oder allgemein die die Comicparty an sich wahnsinnig Fanboy und äh da habe ich mir eben etwas zugelegt und zwar das Spiel ein Doshinji Spiel also ein Doshinji Spiel zur Erklärung ähm es sind von Fans für Fans entwickelt und dient entweder Parodie oder auch einer Hommage also einem ähm einem äh die Entwickler von diesem Spiel dann zum Beispiel oder von einem Doshinji von dem ähm von einem Manga von Fans für Fans die kennen ja wahrscheinlich die einen oder anderen wahrscheinlich eher die Hintai Version aber ey es gibt auch normale ähm Hommage ist quasi etwas wo die Fans dem Originalwerk ähm quasi treu treu bleiben beziehungsweise ähm also es nicht verarschen also sondern wirklich entweder die Story weiter treiben oder irgendwas äh irgendwelche Side-Stories äh erfinden und so weiter und bei Games ist es so dass sie einfach versuchen so nah oder detailreich auf äh aufmerksam sind wie nur möglich und es gibt ein Spiel das nennt sich The Queen of Hearts 2001 Partysbreaker ich werde das glaube ich werde das glaube ich auch mal als kleines äh Maison LP auf diesem Kanal bringen ist ein lustiger 2D Fighter der mir schon immer unglaublich Spaß gemacht hat der kam aber allerdings ohne ohne Hülle also quasi nur mit CD und allem drum und dran aber die Hülle hat gefehlt und derjenige hat das irgendwie in Amerika war das und er hat das irgendwie verkauft weil er gemeint hat das funktioniert bei ihm nicht auf dem Computer das kann natürlich sein dann muss ich mir eventuell ähm eine andere ähm muss ich es andersweitig finden aber ich habe zumindestens hier mal das Original hab das dann in eine ja passend weiße wie ich finde ähm Hülle wollte ich schon sagen ähm ja doch CD Hülle gepackt also so sieht das ganze aus damit ich euch das auch mal zeige also es ist ein Spiel von Fans für Fans nicht original nichts von den Entwicklern äh von den Erschaffern Leaf und Aqua Plus sondern von Fans für Fans in dieser Comic Cat gemacht worden und wurde dort verkauft das heißt diese CD ist original japonäse und ähm ja genau das war nur das war so das Inlay also da da gibt es nichts innen drin das ist nur eben halt das da und das da fertig gut es ist wie gesagt es ist ein Fangang es wird selber produziert und so weiter also dafür ist es ist es echt gut gemacht da hat sich der Staub schon drin abgesetzt das habe ich gar nicht gesehen da muss ich muss ich wahrscheinlich nochmal rausholen egal auf jeden Fall sieht man es hier echt echt toll so und ich habe das dann halt einfach hier erkennt man das vielleicht äh sieht man ein bisschen Screenshots super gut ist das nicht gemacht aber hey es reicht vollkommen und ich finde auch so die CD und ähm die Zeichnungen die sie da gemacht haben und die Sprites auch sind richtig gut gelungen das Spiel an sich macht eine Menge Fun ist nicht besonders schwer erstaunlicherweise weil es ist ja eigentlich ein japanischer Prügel ein japanisches Fighting Game aber es ist nicht besonders schwer und halt sämtliche Comic Party Charaktere zumindest die weiblichen sind dort vorhanden bisschen schade fand ich dass sie irgendwie Taishi nicht dabei hatten weiß nicht weiß nicht wieso aber auf jeden Fall auch wie halt die Hintergründe sind alle entweder aus dem Anime oder aus der Visual Novel super geil also ich finde es toll das ist wirklich echt so ein Sammlerstück das auf jeden Fall wert ist für meine Comic Party Sammlung so dann kommen wir mal zu den Figuren bleiben wir noch ein bisschen bei Comic Party denn ich habe hier was ich ein bisschen schade finde dass man die anderen Figuren leider irgendwie gar nicht findet im Internet wenn ihr da irgendwie eine Möglichkeit habt oder ihr kennt jemand der das besitzt oder irgendwie so könnt ihr mich vielleicht ja irgendwie kontaktieren via Facebook oder hier drin würde mich interessieren weil also es gibt hier diese Box da ist jemals eine die zeige ich euch gleich eine kleine Figur drin ja ich finde es übrigens cool dass hier Taishi drauf ist das ist so selten bei Comic Party Sachen sowas muss man einfach abfeiern Taishi ist das beste Charakter wo gibt so und hier hinten sieht man die Auswahl welche Charaktere was alles noch in dieser Form gibt und ich finde es wohl schade dass es eigentlich im Grunde ja irgendwie ich im Internet nur noch die Aja Hasibi bekommen habe ich meine ich habe nichts ich finde Aja Hasibi toll ich mag alle Charaktere und ich finde auch die Figur dafür dass sie sag mal ja so so klein und unbedeutend ist ich finde die eigentlich recht hübsch gemacht muss ich sagen klar die hat ein klein wenig Derp Face warte mal scharf 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 na gut es wird nicht scharf gut machen wir so erkennt man ne eigentlich recht hübsch gemacht so wirklich also da wird schon ein bisschen Detail reingemacht es ist eine kleine Figur ihr seht hier mal der Vergleich aber ist eine hübsche Figur finde ich für die für die Größe ist es eine verdammt hübsche Figur und ich hätte gerne irgendwie alle davon aber natürlich wie es halt immer so ist ist nicht ist leider nicht wie gesagt wenn ihr irgendwie wisst wenn ihr keine Ahnung ich weiß ja nicht vielleicht gibt es ja irgendjemand der Comicparty mag gibt es einen jemand der da draußen Comicparty mag ich meine jetzt außer dich Zapacho bei dir weiß ich es oder ich weiß es irgendwie dass du es zumindest angeguckt hast wegen mir das ist schon mal viel wert das reicht für mich vollkommen ich fände es so geil wenn irgendeiner von euch sich echt Comicparty geben würde als Manga Anime Spiel keine Ahnung vielleicht kennen die Japanisch das wäre für mich so ein richtiges Mission Complete Gefühl einfach schreibt es mal in die Kommentare ob irgendjemand von euch durch mich Comicparty sich mal gegeben hat ja auch wenn ihr es scheiße fandet oder so einfach allein der Gedanke dass ich es vielleicht geschafft habe euch die Serie dann doch so schmackhaft zu machen dass ihr es wenigstens versucht mal anzuschauen oder wie gesagt zu spielen oder so das fände ich mega cool okay dann gibt es noch dann gibt es noch noch was was ich irgendwie schon so ein bisschen zu meiner Comicparty Sammlung dazu zähle weil die zwei Serien Comicparty und diese hier machen gerne mal Crossovers und da habe ich mir einfach gedacht irgendwie passen die schon zusammen deswegen es sind auch zwei Visual Novels von der Aerogames von der gleichen Firma also von Aquapus und Leaf und zwar habe ich mir geholt Too Hard 1 bis 4 die Besitzerin vorher die hat diese DVDs so liebevoll behandelt ich meine das muss schon ziemlich alt sein so liebevoll behandelt und auch der Schuber ist noch in richtig tollem Zustand ich wollte unbedingt einen Schuber dafür ich habe einfach gedacht der Schuber muss einfach sein der sieht auch schon so toll aus oder findet ihr nicht ich finde ich finde den super ich finde den absolut super da ist Multi ja auf jeden Fall können wir mal kurz rausholen so 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 gut gezeigt im deutsch war doch recht günstig aber trotzdem war mir jeder preiswert gerade weil es selten ist noch ein Schuber irgendwo irgendwo zu finden Anime Haus oh Gott das waren Zeiten hey ich muss sagen ich muss ja dazu mal was äußern jetzt wo wir gerade bei dieser DVD Sammlung sind ich wohl ich will ich werde mir bei weitem nicht alles oder ich bin nicht so der Anime Sammler ich habe einfach eher was mit Manga am Hut aber wenn ich wirklich Lust habe kaufe ich mir auch eine DVD zu wenn mich die Serie wirklich überzeugt und bei Too Hard ist es so ich habe ja und ich glaube es wird garantiert hier irgendwo ein Video existiert haben wo ich tatsächlich sage ich habe eins und zwei und ich habe die ja bei Ebay verkauft tatsächlich und habe sie mir jetzt aber wieder geholt weil ich festgestellt habe nachdem ich Comic Party zu Ende geguckt habe dass mir die Art wie der Regisseur und so weiter an diese Serien geht und auch musikalisch und so weiter und die Charaktere mir so gut gefällt da habe ich überlegt Too Hard war eigentlich doch so ähnlich denn jetzt habe ich mir Too Hard wieder besorgt und muss sagen es ist super ich werde mir auch unbedingt schauen ob es Remember My Memories gibt das ist auch mega traurig hat schon so leicht Drama Flair aber irgendwie toll mit den Androiden und so nicht so viel Spoilern auf jeden Fall Too Hard ist eine echt schöne Zen Anime Serie also wirklich was wo eher langsam vonstatten geht not too much Action weil unser Hauptcharakter der Hiroyuki ist auch eher so ein bisschen träge ja aber es hat eine tolle Atmung und ich habe bemerkt wie schnell sich ein Geschmack verändern kann ich habe es auch bemerkt als ich ein paar Manga verkauft habe wo ich wirklich bemerkt habe ich fand den Manga super und es tut irgendwo auch weh den aus der Sammlung rauszugeben aber irgendjemand da draußen wird den garantiert besser finden als ich im Moment weil bei mir steht er nur noch rum und ich habe nicht mehr wirklich das Bedürfnis den nochmal zu lesen einfach weil der Geschmack sich verändert hat und zwar nicht im Sinne von ich bin erwachsener geworden oder so denn ich habe zum Beispiel Dragonhead verkauft Dragonhead ist ein wirklich erwachsener Manga und der ist wirklich sehr sehr krass auch an manchen Stellen aber ich wollte ihn nicht mehr als einmal lesen ich habe den gelesen das ist okay ich habe aber nicht mehr das Bedürfnis nochmal zu lesen aber er hat mich positiv beeindruckt und ich fand ihn wirklich gut und trotzdem habe ich ihn verkauft warum weil sich der Geschmack innerhalb von einem Jahr oder so auf jeden Fall geändert hat und ich finde es immer wieder faszinierend wie sich die Geschmäcker so wahnsinnig verändern innerhalb von kürzester Zeit und wie gesagt das hat nichts damit zu tun dass man irgendwie erwachsener wird oder so sondern im Gegenteil ich meine ich kaufe mir halt auch wieder too hard einfach weil ich auch dieses langsame auch ein bisschen wieder zu schätzen weiß ich schaue mir gerne hektische schnelle geile kämpfe an und so habe ich nichts dagegen so fast pace anime super auch gerade so in Kombination mit Gag wie zum Beispiel Sayanara Zetsubus ja ist ein super Beispiel dafür sowas schaue ich super gerne an aber aber ich lerne auch dadurch immer mal wieder diese slow pace anime und manga auch zu schätzen und too hard ist eben halt einer dieser davon und das ist wirklich so ein anime wo du kommst nach hause schaltest den Fernseher an und dann einfach und du genießt es einfach nur es ist nicht laut es ist nicht hektisch es ist nicht schwer nachzukommen es ist nicht gibt keine tausend plot twists man muss nicht so arg viel nachdenken es ist einfach angenehm ja und wie gesagt ich finde es faszinierend wie schnell sich ein Geschmack ändern kann und das heißt nicht dass ich dann halt die Werke die ich davor toll gefunden habe jetzt scheiße finde das ist nicht richtig aber es ist einfach man verändert sich und vielleicht komme ich auch wieder zurück vielleicht sage ich irgendwann ich habe wieder Bock auf Dragonhand und kaufe mir es dann einfach wieder das ist so was passiert das sind Sammler ich habe so es dann bereut und habe es dann irgendwann wieder gekauft das ist normal das ist vollkommen normal für Sammler und macht Spaß es macht echt Spaß und das ist das was ich auch am Sammler-Tum so toll finde es ist du hast nicht das Gefühl du hast es umsonst verkauft weil du hast ja andere Sachen dafür dann bekommen die dir Spaß bereitet haben es ist nie umsonst nie auch wenn du dir es irgendwann wiederholst es ist immer irgendwas besonderes es wieder dann zu sehen und wieder anzuschauen und ja auf jeden Fall nochmal Too Hard 2 äh Too Hard Too Hard Box super toll und ja ich habe auch mega Bock auf Remember My Memories das war das Sequel dazu ich hoffe das gibt es irgendwie auf DVD oder ja auf DVD irgendwo das wäre cool wenn es das nicht nur in Japan gegeben hätte und Too Hard 2 ist auch was wo mich interessiert das fand ich auch super toll aber gut dazu waren anders mal was so dann kommen noch zwei andere Goodies und dann kommt das mega Ding eigentlich äh bei das ist jetzt auch schon wieder so lange ne ich weiß nicht wie ne ich mach das ne ich mach das mega Ding ähm in dem in dem zweiten Teil und dann kommt noch ein dritter Teil mit den Sachen die dann noch dazu gekommen ist so machen wir es genau ähm ich zeige euch aber noch kurz was und zwar zum einen ich hab mir wieder mal zwei One Piece Figürchen geholt ich konnte mich nicht ich konnte ist es los achso ich dachte ähm ich konnte mich nicht äh beherrschen weil es sind wie nur zwei Charaktere aus der neuen Arc die ich wirklich cool finde sind halt mal wieder die weiblichen Charaktere ja ich weiß aber irgendwie ja ich mag die einfach ich weiß nicht von den es gibt es gibt eher weniger ich im Dings Duval fand ich noch cool aber Duval gab es irgendwie zu der Zeit ich hab ihn nicht als kleine Figur jetzt gefunden gehabt irgendwann werd ich den auf jeden Fall noch nachholen aber Bandai macht immer diese kleinen One Piece Figürchen und ich hab mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht so die Charaktere die ich cool finde so nach und nach nachzusammeln und jetzt da ich grad wieder aktuell Anime und Manga lese von One Piece mal um wieder weiterzukommen und es auch wirklich genieße die neue Arc die ist richtig geil die Tressrosa Arc ist echt geil gefällt mir richtig gut hab ich mir die gute Rebecca geholt in kleinem Format ne also ihr seht nicht sehr groß aber ich find die einfach hübsch gemacht ich find so kleine Figuren haben auch was oder findet ihr nicht doch Rebecca die Gladiatorin weiß ich mag das so mit dem Schwert und dem Helm ich find das hat was ich find auch allgemein ihr Charakter hat was ich bin aber noch nicht so weit in One Piece ich bin erst auf Anime Höhe ich musste echt den Manga mal auf One Piece ist so einer dieser Manga wo ich immer wieder mich erwische wie ich letzten Endes doch mal online weiterlese weil es mich einfach so ich will einfach wissen wie es weitergeht schlimm und wir reden auch immer darüber von daher jetzt kommt ein Charakter ich vergesse immer ihren Namen es tut mir leid eben die ganzen One Piece Fans Fachleute unter euch wissen das bestimmt den Namen ich hab ihn jetzt grad vergessen grad eben hatte ich ihn aber schon den Song ist dann wieder weg egal ich zeig's euch jetzt einfach mal und ich war erstaunt wie wie falsch wie falsch die das angemalt haben ich weiß nicht ob das Standard ist und es ist kein Fake es ist kein Fake gewesen aber irgendwie normalerweise ist ihre so ihre Rüschen oder was das auch ist sind die eigentlich lila und hier aber hab ich goldene ich find das jetzt nicht so schlimm bei weitem nicht ja es ist trotzdem eine tolle Figur so für die für die Größe ich weiß grad nicht wie sie heißt echt nicht es tut mir leid und ja ich find das mit Gold auch das hat auch was mit Gold also so ist es nicht aber normalerweise sind die lila hab ich zumindest im Kopf ich bin mir ziemlich sicher dass die lila sind normalerweise und ja ich weiß nicht vielleicht habt ihr das auch mal bestellt und ist euch aufgefallen dass vielleicht das immer so Gold ist oder gibt es auch wirklich die Variante mit lila gibt es zwei Varianten aber es stand halt nichts außen drauf ich glaub einfach da hat jemand einen Fehler gemacht und ja wie gesagt ich hab mich versichert das war komplett verpackt und es war keine Fake Verpackung weil das erkennt man nämlich und ja ist auch eine hübsche Figur da hab ich die zwei von One Piece mal die aktuellen Charaktere und hey ich würd sagen das war's das ist wirklich mehr als genug ich bedanke mich fürs Anschauen das war der Manga Aktualisierung die Manga Aktualisierung vom Juli Teil 1 in Teil 2 machen wir ein dickes Paket auf das wird geil das wird richtig geil und wir machen dann im dritten Teil den Rest der kommt genau also drei Teile werden es definitiv ich bedanke mich fürs Zuschauen haut rein bis zum nächsten Aktualisierungspart tschö 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 Nee, nee, nee.